Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dieser Anime Review. Wie ihr bereits im Titel gelesen habt, heute geht es um Hentai Uchitu Warwaineko oder besser bekannt unter dem internationalen Titel Der Hentai Prince in the Stony Cat. Der Anime erscheint ja hierzulande auf DVD und Blu-ray diesen Monat durch Kochfilms bzw. KSM Anime. Wie ich diesen Titel finde, das erfahrt ihr im heutigen Video. Also lasst uns loslegen und viel Spaß. Der Hentai Prince in the Stony Cat handelt von Yuto Yokodera, einem Oberschüler im zweiten Jahr. Dabei hat Yuto, wie die meisten in seinem Alter, nur Augen für Mädchen. Er denkt den ganzen Tag nur an das eine Thema, die Fleischeslust, doch niemand an seiner Schule weiß, dass er ein totaler Perversling ist. Grund ist seine Fassade, welche alle glauben lässt, er wäre ein ganz lieber Junge. Diese Fassade loszuwerden, ist sein innigster Wunsch. Eines Tages erfährt er von seinem ehemals perversen Freund von einer Statue, welche die Katze, die nicht lacht, genannt wird. Diese soll einem das nehmen, was man nicht möchte und dieses einem anderen geben. Das ist die Gelegenheit für Yokodera, seine Fassade loszuwerden. Doch man muss der Katze einen Tribut zollen und so entscheidet sich der perverse Junge, sein Dagimakura anzubieten, um seine Fassade loszuwerden. Er begibt sich zu dieser Statue und betet dafür, dass er seine lustvollen Gedanken immer zum Ausdruck bringen kann, und zwar wann und wo es ihm passt. An dieser Statue trifft er dann auf Tsukiko, eine Mitschülerin, die sich wünscht, dass ihre wahren Bestrebungen nicht so leicht zu lesen sind. Und so beten beide gemeinsam, damit ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Doch diese Wünsche sollten nicht so in Erfüllung gehen, wie sie gedacht waren. Hentai Uchituwawa Neko erschien 2013 durch das Studio GC Staff unter der Regie von Yuhei Suzuki. Michiko Ito übernahm die Szenenkomposition, während Haoka Izuka für das Charakterdesign zuständig war und Tomiko Kikoya die Musik beisteuerte. Der Hentai Prince and the Stony Cat ist einer der vielen Comedy-Anime, welche eher eine seichte Geschichte darbieten, allerdings sich mit relativ vielen actionreichen Szenen dann abwechselt und in eher emotionaleren Geschichtsverläufen dann mündet. Im Großen und Ganzen nimmt sich das Werk zudem nicht selbst sehr ernst und gleicht anfangs einem typischen Comedy-Anime mit stereotypischen Slice-of-Life-Oberschülern beziehungsweise Schülercharakteren. Innerhalb der zweiten Hälfte nimmt das Werk dann eine Wendung nach der anderen mit so bekloppten Wendungen, dass man einfach nur den Kopf schütteln muss, allerdings nicht aufhören kann, diesen Irrsinn anzuschauen. Die Idee hinter Hentai Uchituwa Waineko ist relativ einfach gehalten, ein Klischee-Schüler in der Pubertät und viele Mädchen um diesen herum. Dennoch ist der Hentai Prince and the Stony Cat kein einfacher 0815-Edgy-Anime, vielmehr verbindet der Titel eine Liebesgeschichte mit viel Humor und lustigen Szenen. Zwar bietet Hentai Uchituwa Waineko durchaus gewisse Charakterentwicklungen an, welche im späteren Verlauf der Geschichte auch aufgegriffen werden. Allerdings sind diese nicht nennenswert ausgeprägt und bewegen sich eher im typischen Comedy-Edgy-Bereich. Vielmehr wird hier der Fokus auf die Comedy-Elemente gelegt, zulasten der Charakterentwicklungen. Wir haben zum Beispiel mit Juto und Tsukiko die typischen Hauptprotagonisten eines Comedy-Anime. Er, der schüsselige Junge, welcher von nichts eine Ahnung hat und stets freundlich ist, und sie, die immer wieder durch ihn in peinliche Situationen gerät und daraufhin ihn bestraft. Azusa Azuki, jene Elftklässlerin, welche keine Jungs an sich ranlässt und gewaltigen Stolz besitzt und sich immer wieder mit Tsukiko in die Haare kriegt, allerdings nur sehr verletzt wurde, ist ebenfalls ein Stereotyp. Als viertes im stereotypischen Quartett ist Tsukushi Tsukikos Schwester. Sie ist die typische harte Club-Chefin, welche ein scharfes Auge auf den Hauptprotagonisten sowie seine Verfehlungen hat. Aber eigentlich ganz lieb ist. Diese Stereotypen sind wie bei den meisten Comedy-Anime sehr leicht austauschbar. Dennoch harmonisieren die gewählten Kombinationen mit dem Genre und ermöglichte es so die optimale Darstellung der Charaktere, was schlussendlich auch den Spaßfaktor am Geschehen deutlich erhöht. Bild- und animationstechnisch gibt es bei Henta Uchituwa Waineko nichts Größeres auszusetzen. Die Farbkomposition wie auch Farbsättigung wurde anschaulich umgesetzt, die Charaktere liebevoll designt, was man gerade in den Comedy-Szenen des Werkes merkt, welche dem Zuschauer nicht nur durch die Animation, sondern auch stellenweise lediglich durch die Charakterdarstellungen zum Schmunzeln bringen. Zudem ist die Animation flüssig, auf Standbilder wurde hauptsächlich verzichtet, wodurch die Animation optimal Spaß beim Zuschauer bietet. Für die musikalische Normalung des Anime war Tomoki Kikuya zuständig, welche dies zusammen mit dem Opening Fantastic Future von Yukari Tamura sowie dem Enning Baby Sweet Berry Love von Yui Ogura sowohl visuell als auch musikalisch zu einer Augenweite komponierte. Wie von Edgey-Titel gewohnt, dürfen natürlich hier und da kleinere Aufreizungszielen nicht fehlen, welche allerdings familienfreundlich umgesetzt wurden. Für die deutsche Umsetzung des Anime war das Synchronstudio DMT synchron zuständig. Für die Dialogregie der deutschen Umsetzung war dann Sam Bauer zuständig, welcher auch Teil des Dialogbuches schrieb und hier von Kaya Marlin-Gröger unterstützt wurde. Stefan Wefers und Manuel Weyer waren jeweils als Tonmeister der deutschen Fassung tätig. Flemmingstein und Leonie Landa, die deutschen Stimmen von Juto und Tsukiko klangen zwar grundlegend anders als das Original, dennoch waren diese von Anfang an passend zu den Charakteren für die deutsche Umsetzung gewählt worden und überzeugten mich. Gleiches gilt für Maria Magdalena Awazinska als Atusa und Janne Carriera als Tsukushi. Sowohl die Dialoge wie auch Tonlage und Aussprache waren genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte, als ich damals Hentai Uchi Tuwawa in Neko auf Japanisch sehen konnte. Wie ist also mein Fazit zu Hentai Uchi Tuwawa in Neko oder besser bekannt halt unter The Hentai Prince and the Stony Cat? Der Titel überzeugte auf allen Ebenen, die Geschichte war unterhaltsam, die Charaktere interessant und auch die deutsche Umsetzung war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich liebe diese urkomischen Klassiker auf Deutsch einfach und kann es euch nur wärmstens empfehlen. Das war unser Anime Review zu Hentai Uchi Tuwawa in Neko beziehungsweise eben der Hentai Prince and the Stony Cat. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie ein Abo sehr freuen. Aktiviert auch unbedingt die Glocke und stellt sie manuell auf alle Benachrichtungen ein, um über jedes Video informiert zu werden. Wie ist eure Meinung zu Hentai Uchi Tuwawa in Neko? Das würde mich übrigens auch noch interessieren, also gerne unten in die Kommentare damit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.